Eine semantische Reaktion ist ein Bedeutungserleben. Man sieht was, man denkt darüber nach, es macht klack. Und die Welt kann danach eine andere sein. Das ist ein Bedeutungserleben. Und so etwas wie erleuchtet sein, woran ich persönlich nicht glaube, also im Kern nicht glaube, aber erleuchtet sein ist für mich eine Metapher. Und mein Eindruck ist, oder meine Beobachtung ist, ja, Menschen sehen, also erleben etwas, und in dem Maß, wie ihre lebensdurchdringende Klarheit gegeben ist, kann es Klick machen. Und ihr Leben ist sozusagen ein anderes. Und du kennst den Satz, ein einziger Gedanke kann dein gesamtes Leben verändern. Und wenn die genannten Faktoren zusammenkommen, dann kann sozusagen dieser eine Gedanke, diese eine Beobachtung, oder meinetwegen auch dieser eine Satz, den man von seinem Mentor zum Beispiel gehört hat, der kann das ganze Leben verändern. Und das könnte man dann metaphorisch gesprochen umschreiben mit erleuchtet sein. Mein Eindruck in Bezug auf dieses Erleuchtetsein ist aber, dass das in weiten Bereichen sozusagen plakativ missbraucht wird. Oder dass man das auch unbewusst, alibimäßig gegen Veränderung, gegen sich selbst ein sein kann.